Und oft. Egal! Oft speichern, bis man jeden Spielstand so verhunzt hat, dass man ganz von vorne anfangen muss. Warum ist da eigentlich keine Luft ab? Boah! Geil! Dieser Allah ist mal voll vorbeischießen! Ja. Toll. Ganz toll. Und wir bauen noch ne Flak, und zwar dahin. Oh! Konstruktion abgeschlossen. Hey, die gehen mir so auf den Sack mit den Artil... Wenn ich euch erwische, ne? Mach ich so platt. So platt einfach nur. Komm! Konstruktion abgeschlossen. Komm, schieß doch mal! Oh, da steht noch ein Turm. So eine Scheiße. Ach, den Turm platt. Oh, diese Scheiß-Artillerie geht mir so auf den Sack. Geil, das sind einfach nur meine Einheiten, eine nach der anderen. Hey, schieß doch nicht den Scheiß Turm abverfickt nochmal! Das kann doch nicht so schwer sein! Verweude wird angegriffen! Ah, endlich! Oh, und die Hälfte der Einheiten steht noch, wer weiß wo und wo fahrt ihr denn jetzt hin? Nein! Nee! Anders machen, anders machen! Ich brauche... Oh, warum bin ich so blöd umfällt mir das jetzt erst ein? Ich brauche einen CB-Turm. Kann ich den da hin bauen? Nein! Zu hoch! Einen CB... CB-Turm? Hier hin! Hier hin! Hier hin! Hopp, komm! Ihr soll doch zur Reparatur fahren, habe ich gesagt! Was eiler immer noch da draußen... Oh, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja! Das hast du gut erkannt, Kleiner! So, und jetzt reparieren hier, da... Konstruktion abgeschlossen! Wo sind die? Rippli... Ripp... Rippel! Warum ist da immer Ripple? Äh... Keine Ahnung! Wo kommt das her? Oh, ich glaub's ja wohl einfach nicht! Komm! Fahrt zur Reparatur, verdammte Scheiße nochmal! Das kann doch nicht so schwer sein! Echt? Das ist doch nicht wahr! So! Jetzt räumt gleich meine Artillerien hier auf! Konstruktion abgeschlossen! Was ihr könnt! Kann... Boah! Fickt euch! Ey! Es gibt's einfach nicht! Es gibt's doch einfach nicht! Geil! Ist aufgebaut und wird gleich wieder die Luft gesprengt! So, und was ist... Ist die euch jetzt so... Du willst dich nicht reparieren lassen, oder was? Konstruktion abgeschlossen! Gruppe 1! Meldet! Gruppe 3! Meldet! Ich glaub's einfach nicht! Gruppe 1! Meldet! So! Speichern! Vorher noch ausflippeln! Wann greift mich jetzt eigentlich die Luftwaffe von denen nicht an? Weil sie zu blöd... zu schlau sind! Was ist mit dir? Gruppe 1! Meldet! Ah! Sie greifen mich an! Geil! Konstruktion abgeschlossen! Gebäude wird angegriffen! Was?! Zur Hölle?! Okay! Ich brauche neue Baufahrzeuge nebenbei mal bemerkt! Zwei Stück! Hey! Wie können die so schnell schießen? Wo sind die? Ich will wissen, wo die sind! Ich will das dritte auch noch verlieren! Ich will das dritte auch noch verlieren! Das dritte! Ja! Das zweite! Okay! Also wir feststellen! Muss ich hier wieder was umfischen! Oh! Es reicht jetzt aber langsamer hier! Wo schießen denn die? Ob da rüber erst mal! Fahrt da rüber! Und der Commander wieder... Oh! Fick! Dich! Oh! Knackt das Ding halt! Konstruktion abgeschlossen! Oh! Irgendwo da hinten! Irgendwo von da hinten! Gruppe 3! Meldet! Ja, schon wieder... Eins hab ich gesagt! Eins, verdammte Scheißen! Oh! Oh! Da hinten ist eine Brücke! Die lösche ich jetzt doch auf! Das reicht mir! Oder Kackartillerie! Wisst ihr das? Und warum fährst du jetzt ganz nach vorne? Warum? Warum? Warum fährst du so nah hin? Das gibt doch mal wieder überhaupt keinen Sinn! Geil! Gruppe 7! Meldet! Hopf, warte mal weg! Langsamer! Konstruktion abgeschlossen! Also ich brauch sowas zur Verstärkung! Sowas, sowas! Ganz viel davon! Noch mehr davon! Ah! Panzer nimmt auch noch einen mit! Warum nicht? Äh... Hab ich nicht noch mehr Lancer? Macht mir Angst! Boah! Hab ich so wenig Lancer bloß? Warum hab ich so viele Panzer? Warte! Die bauen da und bauen! Ich denke ich hab keine, ne? Baue ich jetzt gleich mal noch 5 Lancer oder so? Hier so 2 Lancer... 2 Lancer... 2 Lancer... 2 Lancer... 2 Lancer... So, ihr und ihr weiß ich euch mal... Wo ist denn mein Commander? Commander! Ah, da! 2 Lancer... 2 Lancer... 2 Lancer... 2 Lancer... 3 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 Lancer... 4 Lancer... 4 Lancer... 4 Lancer... 4 Lancer... 4 Lancer... 5 Lancer... 5 Lancer... 5 Lancer... 5 Lancer... Herrlich. Herrlich. Oh. Fantastisch. Konstruktion abgeschlossen. Geil. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich brauche aber noch eine Ripley-Lakete. Ripley, ja. Wie komme ich auf Ripley? Ach ja, richtig. Das Gebäude wird angegriffen. Äh, äh, wie heißt's? Äh, äh, Madrid. Genau. Tolle, jeder kennt das Spiel. Auch wenn's schon ein bisschen älter ist. Nein, Moment. Es gibt ja neue Teile davon. Bin ich beschwert? Äh, ja, das bist du. Das hatten wir schon mehrmals geklärt, oder? Warum frage ich das immer wieder? Weil mir keine neuen Fragen einfallen. Ja, weil ich blöd bin. Das hatten wir auch schon. Ach, verdammt. Wenn wir raus aus unseren vergangenen Fehler nicht gelernt sind, wird das verdammt immer und immer wieder zu wiederholen. Und jetzt verdammt nochmal. Das sind... Oh, das kann doch nicht sein, dass die so überlegen sind. So. Hab ich gespeichert? Ich hab gespeichert. Hoffe ich. Oh. Boah. Artillerie geht mir auf den Sack. Aber sowas von... Ey. Ich krieg die... Ja, toll. Warum können die mich eigentlich permanent angreifen und ich sie nicht? Kann mir das manchmal erklären, bitte? Ich mein, okay. Ich seh sie nicht, aber sie sehen mich? Oder was ist hier los? Halt echt, ne? Die können von irgendwo da hinten her schießen. Ohne... Und auf meinen Commander auch noch. Und jetzt ist mein Commander wieder so schwer beschädigt, dass er... Fick dich. Du bleibst gefälligst da. Artefakt entdeckt. Ich kann nicht alle fünf Minuten hier zurückfahren. Das führt doch zunächst. Komm, mach kaputt. Konstruktion abgeschlossen. Zu viele Feinde. Boah, ich kann die Feindenbasis schon sehen. Und ich... Ah, die Allerie kann nicht mehr weit sein. Hopp. Zerstört das Ding. Zerstört es. Zerstört das Kraftwerk. Komm. Auf. Jetzt aber. Na also. Und jetzt schnell wieder zurück zur Reparatur. Was haben wir verloren? Ach. Akzeptabelmaße. So. Jetzt fahren alle mal zurück. Drei Feinde bei Seite. Moment. Da muss ich noch was zum Keiter machen. Nein. Oh, ich kann nirgendwo mehr Reparaturtürme... Türmen... 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 Türmen hinbauen. Und ich seh ein Artefakt. Oh, ein Artefakt. Das will ich, das will ich. Oder muss ich erst... Ne, außen rum, das wird so nix, glaube ich. Oh, ich sehe die Artillerie. Ich sehe die Artillerie. Ich sehe euch. Ja. Jetzt kriege ich euch. Also. Gleich nachdem ich repariert bin. Gebäude, Dampf, Aarweg, ne. Naja. Ja, Kettenraucher, kann man nix machen. Aber meine stehen halt echt nur da und... ... können nix machen und denn ihre... Haben die einen anderen Sensor-Turm? Wo war noch mal der CB-Turm? Äh, CB-Turm, ja... Bauen wir noch einen Turm hin. V-Turm, Schlag-Turm. Verstärkter Sensor-Turm. Bringt das irgendwas? Nein! Ja, ja, ja. Der CB-Turm ist abgeschlossen. Moment, nein, da fehlt noch was. Verdammt, da muss ich noch mehr bauen. Okay, wir bauen mal noch... ... einen... ... erweiterten Sensor-Turm. Bauen wir mal hier hin. Ach Gott, ist da drin eng. Gott, ist es da drin eng. Ja... Wer mag es eng? Bitte melden. Ach, äh, äh, ähm. Und ich hab noch 52 Minuten nach. Und gleich kommt da noch ich die Verstärkung an. Und wir bauen mal noch... ... zwei Lancer. Boaah, ich komm an und... Meine Einheiten sind erst fast so schrott, bis ich da bin. So, jetzt fahren mal nochmal. Warum fahren die Commandos immer... ... ganz vorne bei mir? Warum ist das so? Ich weiß... Die sollten ganz hinten fahren und nicht ganz vorne, oder? Also würde für mich jetzt mehr Sinn machen. Ob was auch immer du bist, stirbt. Boah, warum schießen die so zehnmal so schnell wie meine? Was ist das für eine Cheaterei hier? Wo fahrt ihr denn hin? Ihr sollt ja nicht hinfahren. Nein, das ist... Oh, das ist ein Lanser. Auf dem Druck. Okay. Zeichnlupenmodus. Was kann ich erforschen? Abrufe, hochexklusive Panzer, bereichne Bomben. Oh, ich komm einfach zu nix, wenn die dauernd wegfahren. Nein, das da angreifen. Na komm, mach das Ding glatt. Los, ich muss die Artillerie noch vernichten. Los, vernichtet die Artillerie. Vernichtet sie halt. Oh, sie ist weg. Okay. Okay. Allerwiffmann, Rückzug. Reparieren. Reparieren. So, dich weise ich nochmal einen guten Commander zu. Wo ist er denn? Du bist mal ein guter Commander. Und euch... Moment, nein. Du gehörst ab sofort auch zu drei. Drei Viertel ist erstmal wegen beiseite. Ach. Was sehe ich als schwierig gestaltet, wie man feststellt. Oh Gott, jetzt hab ich noch einen Tropf... Glopf. So. Nun sieh das doch schon. Mensch. Oh, hey. Geil. Wie sie sich immer neigheilen. Ich könnt kotzen. So. Nehmen wir einfach noch ein paar mit. Ein paar Geschütze. Was kann ich denn überhaupt noch zuweisen? Fünf Einheiten. Na, dann nehmen wir den Commander auch noch mit. Und wir haben neue Lancer, oder? Äh, Moment. Ne, Hänzer. Schick los den Scheiß. Reveriert euch mal nochmal? Nein. Das wird nix mehr, glaube ich. So, jetzt speichern und mal schauen, wie lang es dauert. Bis sie repariert sind. Ne? Zwei Wochen später. Ja. Vielleicht werden es auch drei Wochen, ne? Ja. Hallo, repariert ihr euch jetzt mal? Oder muss ich jetzt wieder alle in die Basis schicken? Ja, ich muss alle in die Basis schicken. Geil. Ja, jetzt lass die reparieren. Aber brav, Bubi. Brav. Brav, Bubi. So. Bringen die Sensor-Türme jetzt auch irgendwas? Keine Ahnung. Ich hab genug gebaut. Es kann nicht schaden, oder? So. Und da unten sind jetzt der Rest ihrer Artillerie, ne? Dann werden wir den jetzt gleich mal ausräuchern. Aber sowas von? So, jetzt werde ich nochmal so lang wieder da raus brauchen. Oder? Ja. Mindestens doppelt so lang. Ach. Oh, die ersten zwei Einheiten fahren schon wieder rein. Ach, wie geil ist es denn? Kurz gleich. Oh, und sie keilen sich immer wieder in diese scheiß Mulde rein. Kein Wunder, dass da keine Feuerkraft rauskommt. Jetzt... Oh, Vater, halt raus, bitte! Oh, sei denn ihr so blöd, ja! Ey, komm! Wie soll ich denn so angreifen? Welcher Idiot hat diese Mulde da reingemacht? Hätten die es nicht grad machen können? Und warum können Ketten... Ha! Die ersten fahren wieder hin, bis ich da endlich mit allen drin bin! Kein Wunder, dass ich da keine Schlagkraft und nichts hab. Hopp jetzt rein da! Ich glaub's nicht. Das wird einfach nix so. Grundlagenforschung abgeschlossen. Komm.